jo leute und herzlich willkommen zu einem weiteren video hier auf meinem kanal und heute starten wir mal was richtig innovatives und zwar road to gloves unboxing das unboxing nicht vergessen weil ich werde sie ziehen zu es im prinzip ist dasselbe das road to knife unboxing nur geht es jetzt hier um handschuhe es gibt ein problem mit der sache es gibt halt nur zwei kisten wo die handschuhe drinnen sind aber ich verwende dieses format ist momentan als lückenfülle bis hin zum adventskalender was dann einen guten monat starten wird und ja also vielleicht anbockt sich ja dann schon in der vierten episode die handschuhe dann wäre das ganze auch gleich wieder gut aber ich glaube nicht dass das zufrieden also es ist immer eine glückssache apropos sagte zu meinem neuen live kann man mal machen war nicht mal überlegen glaubt die 134 die kiste war das bei den live unboxing war ja das hans von marvel fader weil das ist es blut wobei ich weiß ist auch gerade nicht welche von den bessern ist es ist viel zester ich werde es auch wieder so machen dass ich dann wieder pro episode zehn kisten aufhebeln werde weil da kann man das ganze viel besser zusammenrechnen dann weiß ich okay ich habe so viele kisten aufgemacht damit ich dieses knife oder die gloves ziehe die blueprints ist ein stetwerk oder muss nichts der flog kann die sogar den einen oder anderen euro wieder reinbringen die um hier nicht zu die p90 die sollte man auch nicht unterschätzen gute flott könnte das auch den einen oder anderen euro oder die wieder herr reinbringen genauso wie die m4 briefing m4 1 s brief die hälfte ja hatte ich ärgerlich noch gar nichts habe ich glaube ich noch nicht mal hingegen gesehen und ja so haben wir den redskin dem vier wäre oh fuck Jumpscare des Todes gerade dem vier wäre nice die hellfire hatte ich ärgerlich noch gar nichts hab ich glaube ich noch nicht mal hingegen gesehen die stadt auswählen lol was geht gerade ab ok 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 keine ahnung was da gerade los war aber anscheinend habe ich eine kiste aufgemacht dann kommt wieder blue ich wollte heute ein gamble video machen weil irgendwie konnte ich keine skins anzahlen keine ahnung warum hellfire wollte ich nicht dass ich halt gamble und nicht hellfire hell case heißt die seite scheiße hellfire ist eine skins anzahlen gut dann war das dann auch schon wieder die zehnte kiste ja immerhin einmal pink ich meine es ist halt mal pflicht aber geht auch nicht immer und bevor ich es vergesse habe ich ja noch ein giveaway was am nächsten nein diese woche also kommenden mittwoch auf gelost ist einfach dann kommenden mittwoch endet werde ich noch in der infobox verlinken das video dazu dass ihr da nicht vergesst oder das falls da jemand das versäumt hat na sonst ja über einen daumen nach oben würde ich mich freuen und einen abo auch falls ihr mich noch nicht abonniert habt dann sage ich auch ciao und bis zum nächsten mal euer alex